Ein wunderschönen Jugendtag. Wir sind hier Where the Magic Happens sozusagen, denn hier wird alles für EA Sports FC eingesprochen. Wir sind hier im Tonstudio in München und ich nehme euch jetzt mal mit. Ich glaube, da habe ich auch schon den ersten entdeckt. Hallo. Hoher Besuch. Ja, na ja, gleichfalls. Wie geht's? Ja gut. Wie läuft's? Wir sind auf den letzten Metern, würde ich sagen. Also ich bin ja auch ab und zu hier, aber ich spreche, ja, ich würde mal sagen so 1.300 Wörter ein. Bei euch sind es ein paar mehr. Ja, es sind tatsächlich 900.000 Wörter, die wir einzusprechen haben, aber wir haben ein gutes Stück geschafft. Kommt ihr noch nach Hause? Wir sind ja eingezogen in den letzten Monaten, würde ich sagen. Da hören wir schon jemanden. Und jetzt hat er es auf den Fuß, kann das Ding jetzt hier schon zumachen und jetzt haben sie die Gelegenheit, hier schon alles klar zu machen. Das ist die Chance, hier in Führung zu gehen und jetzt könnte er sie sogar in Front schießen. Wenn er den macht, dann gehen sie hier in Führung. Sie arbeiten am Anschlusstreffer, vielleicht jetzt die Gelegenheit und das könnte ja der Anschlusstreffer werden, wenn er das gut macht. Super. Also das sind hier die beiden Wächter, die zusehen, dass hier aber auch alles bitte richtig läuft und du schaust, glaube ich, wenn ich mir so angucke, darauf, dass auch alles richtig eingesprochen wird. Genau, sinngemäß soll er das sagen, was da steht. Naja, ich wollte gerade sagen, mit einem Ohr habe ich ja hingehört, also das hat er nicht gesagt. Nee, das hat er nicht gesagt, aber das ist auch okay. Also Sie dürfen improvisieren? Sie sollen. Und wenn doch noch mal richtig was nach hinten losgeht, was passiert dann? Dann haben wir unseren schönen Knopf mit Ortix. Der war wirklich schlecht und viel zu lang. Uiuiui, aber danach läuft es wahrscheinlich. Und wie macht Sie Schmizo so? Herrlich, macht Spaß. Macht Spaß? Gut, ich will ihn jetzt trotzdem mal so ein bisschen auf dem Prüfstand stellen, weil es gibt ja manchmal Namen, die echt schwer auszusprechen sind. Und ich habe mir mal zwei von denen ausgesucht. Also Schmizo, ich bin sehr gespannt. Esther, schön wieder mit dir zusammenzuarbeiten, aber Eugenie und Giacomakis, also das muss man drauf haben. Und wenn ich mal gar nicht weiterkomme mit einem Namen, dann habe ich ja immer noch eine Platte. Dann ruf ich den einfach an. Genauso ist es, aber da brauchtest du mich wirklich nicht, oder? Dich brauche ich für die richtig Schmierringen. Und für die Lions jetzt bräuchte ich auch. Fetzt mal noch ein paar weg? Unbedingt. Dann auf geht's. Der ist nicht schlecht, aber der Torwart hat das Ding. Was für eine klasse Parade, Schmizo. Macht er großartig. Und sie versucht es, aber die Torhüterin ist da. Ja, mit den Fingerspitzen noch dran. Ganz, ganz wichtig. Und der sieht gut aus und er macht das Tor. Und aus was für einer Distanz. Fantastischer Treffer. War ich doch schon, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich bin auch wieder leer gelabert, ehrlich gesagt. Was machst du heute noch? Ich kommentiere heute Abend noch ein kleines Fußballspiel. Und du? Ich guck, dass die beiden keinen Schwachsinn bauen. Habe ich eigentlich genug, mit zu tun. Du kannst hier jetzt noch ein bisschen arbeiten. Ich bin sowas von leer geredet, ehrlich gesagt. Das muss reichen. Ihr könnt nicht mehr. Nee, ich nicht. Das war echt... Schon ein harter Job hier. Ja, das habe ich gemerkt. Schön, euch mal bei der Arbeit zugeguckt zu haben. Wie fühlt es sich eigentlich an, jetzt dabei zu sein? Schon heavy. Schon surreal. Ich meine, ich spiele das, seit ich so groß bin ungefähr. Und ja, das ist krass. Ich glaube, ich check's erst, wenn ich mich das erste Mal selber höre, dann irgendwann. Das ist ein Kindleins-Traum. Wie ist es bei dir? Das macht so viel Bock. Also auch wir beide zusammen. Super Chemie. Ja, es ist auch ein Ritterschlag. Es ist echt großartig. Jan und Schmizo ab sofort also auch dabei bei EA Sports FC. Ich freue mich auf euch. Und ihr hoffentlich auch. Bis bald.